Jeder, der ein Impfarmband hat oder im Impfpass eine Corona-Impfung ist in den Laden. Das ist eine neue Regelung von der Bundesregierung. Achso, Sie haben eine Impfung? Ja, ich bin geimpft, ja. Das sind die neuen Corona-Impfblättchen. Sie sind fehlgekommen, verstanden? Ja, danke. Und für normale Leute haben Sie dann gar nicht mehr auf? Nein. Zwei-Zwei-Klassen-Gesellschaft, die impft mehr als die anderen, da halte ich nichts von. Riecht keinen Kaffee, wenn ich nicht geimpft bin? Wollen Sie rein? Ja, oder? Habt ihr eine Impfung? Nein. Keine Corona-Impfung? Nein. Dann kann ich leider Ihnen das anders. Nein.